Die offiziellen mittelfrühen EU-Körnermais-Ergebnisse für Deutschland sind da. Die neue Sorte Privat überzeugt beim Kornertrag und gehört mit über 103% zu den drei Besten von insgesamt 20 Sorten. Damit ist Privat auf insgesamt 10 Standorten in ganz Deutschland deutlich besser als der Durchschnitt der drei Verrechnungssorten SY-Talisman, LG 30258 und P8329. Und SY-Talisman und LG 30258 gehören 2019 laut Kleffmann immerhin zu den fünf meistangebauten Mais-Sorten in ganz Deutschland. Wenn du mehr über Privat erfahren möchtest, klicke auf den Link unter dem Video oder auf die Infocard, die ich einblende. Damit bestätigt Privat die Top-Ergebnisse der letzten Jahre. Denn bereits 2017 und 2018 war Privat in der neutralen Wertprüfung der Niederlande mit 107% beim Trockenmasse und 106% beim Energieertrag mehrjährig die beste Sorte und hat alle neun vielversprechenden und bewährte Top-Sorten aus Deutschland hinter sich gelassen. Du suchst 2020 eine neue Mais-Sorte mit hohem Ertragspotenzial? Dann setz auf Privat den neuen Ertragsstarken Biogas, Qualitätssilo, CCM und Körnermais mit dem Riesenkolben. Als Dankeschön erhältst du 8 Euro Frühbezug oder eine Einheit im Wert von über 150 Euro gratis und zusätzlich ein Bierfass, das du nach dem Feierabend gemeinsam mit der Familie oder guten Freunden genießen kannst. Bestelle Privat bitte rechtzeitig beim Händler deiner Wahl oder ruf uns gleich an. Du kannst auch Probesaatgut gratis von uns erhalten. Wir suchen dich als Pilotlandwirt. Du testest jedes Jahr neue Sorten gemeinsam mit uns und berichtest von deinen Praxiserfahrungen. Wenn du Interesse hast, schick uns einfach deine Adresse mit Telefonnummer, per Fax oder E-Mail und wir melden uns dann bei dir.